Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Runde GDR 5. Heute mit Maru, Shigo, Flo, Gekundan, Nils, Alex und Payne. Wir müssen mal schauen, wie viel Rennen in einen Part passen, denn das sind wir die 8-Mann-Maps. Die waren letztens eigentlich nicht so lang. Und das ist jetzt eh nur Point-to-Point. Geradeaus. So. Warum bremsen alle? Weil hier keiner rechelt. Damit kommt keiner. Los. Natürlich ist der Baum fest. Oh, Sorge Nils, mein Arsch ist zu fett. Warum hat Nils denn auch einen Roden-Wagen, ey? Ich hab immer rot. Hä? Hä, wer ist das denn? Immer rot. Ja, du bist schon seit Wochen nicht mehr dabei gewesen, glaube ich. Ja, eine Woche haben wir nicht gespielt. Dalo hat aber nicht immer rot. Ne, ich hab immer eine andere Farbe, um mich zu tarnen. Gar nicht wahr. Du hast voll lange Orange gespielt. Wir haben... Nein, Nils. Ne, wir haben immer... Nein. Oh Gott. Weil ich mach das andersrum. Sorry. Ja, ist okay. Aber das Ding liegt unglaublich krass in der Kurve, ey. Das war schon nice. Tue sich schon locker da hoch. Warum ist hier Verkehr? Was ist mit euch? Fahr doch mal. Warum ist hier Verkehr? Was ist los? Fahr doch einfach noch auf der richtigen Seite, dann passiert doch nichts. Ah, warum? Oh Gott, aber Beschleunigung hat das Ding auch nicht. Und das ist Trevor's Car. Die brauchen keine Beschleunigung. Die brauchen nicht 20 Tonnen. Oh nein, Winsch hat das... Nein! Ich bin dir hinterhergefallen. Tja. Nee, du musst mir können. Das war mein Plan. Rechts landen. Oh Scheiße. Ich hab den nächsten Checkpoint nicht gesehen, deswegen waren wir das so spekt. Oh Gott. Oh Scheiße. Ich hab mich eigentlich direkt am Start überschlagen. Ich hab die Landung versaut. Ich hab nicht gesehen, dass die Rampen unterschiedlich anhörtlich georten waren. Ich komm hier nicht Gott. Ah! Middle Finger. Warum spielen wir, wenn ich bin Nacht? Kann das eigentlich einstellen? Oh, ja. Also beim... Das aber... Ich hab Current Time genommen. Achso. Abwechslung, ja. Oh, oh. Das wird jetzt problematisch, aber Gott sei Dank sind schon alle vorbei. Hier hätten sich nämlich die Fahrer gekreuzt. Die geht doch hier dann scheiße. Na dann noch einen NPC stehen lassen. Ach, die Action Cam. Ach, ich weiß, was B macht. Okay. Ja, gut. Ja, richtig. Ja, wenn du den First Person machst, dir... Das geht auf den ersten, der vor dir ist. Es wirkt aber so, wenn du die Action Cam anmachst, dass du langsamer wirst. Ja, ne? Im ersten Moment. Ultralangsam sieht das aus, auf einmal. Kunra. Oh, pass ich so durch hier. Action Cam. Oh, links. Schon wieder so ne Trap, ey. Oh, komplett nicht aufgepasst. Da kommt noch wer ran. Aber das ist ne geile Strecke dafür, dass die Point to Point ist. Aber auch gut, dass wir jetzt halt nicht irgendwie was Superschnelles fahren. Ah, nein. Das Auto ist eigentlich ziemlich geil hierfür. Das Auto ist super. Einfach war ein bisschen zu schnell, Schigo. Nix da. Oh, Gott. Oh, Gott. Da kommt Schmallex halt hinauf, Kunra. Kunra, fahr. Oh, nein. Ich bin raus. Oh, Gott. Es sei denn, ihr Vater auch rein. Wo kommen denn jetzt alle her? Wir waren doch gut unterwegs. Ihr wart voll scheiße. Ja, wir sehen gleich mal welche scheiße. Ich hoffe, wir fangen an der Klippe vorbei. Oh, nein. Oh, Gott. Rechts. Rechts. Nochmal. Rechts. Achtung, Leute. Oh, Gott. Nein, ich bremse. Alter, die bremsen hier. Ey, Kunra. Oh, hi. Was soll das denn? Oh, nein, nein. Jetzt kommen auch noch alle anderen. Oh, shit, Leute. Ach, der Busch ist massiv. Natürlich ist der Busch massiv. Was ist das denn für ein Geheimdiener jetzt? Ich glaube nicht, dass das richtig war. Komm, Nils. Oh, Gott, ich kippe. Rampe, Nils, du Pfeife. Oh, Entschuldigung. Wie lange geht denn das? Egal, war gut, war gut. Okay, okay. Oh, Nils, wohin. Geheimdiener, du bist noch oben. Ich glaube, du bist links durch den Busch. Okay, lass Windschatten. Okay, 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 okay. Und jetzt komm du. Oh, shit. Danke, überhaupt nicht. Hast du? Ich versuche so weit wie möglich links. Ach, komm, der Busch ist auch wieder massiv, oder was? Okay, okay, okay. Ach, komm, der Busch ist auch wieder massiv, oder was? Achtung, wir müssen rechts abbiegen. Kunra! Oh! Komm ran, jetzt. Ich hab dich nicht gesehen. Wo warst du? Ich bin hinter dir. Alex, Rot, mach dich fällig. Rot, krieg dich doch. Oh, Gott, ihr seid so weit vorne jetzt. Oh! Nein, sind Bäume, ey! Ja! Oh, knapp, ey. Das war echt krass, die Strecke. Das war echt krass, die Strecke. Mit einer Pfanne. Krasse Strecke auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen eingedellt. Alex hat mich gefinished. Ich hab gar nichts gemacht. Mich übrigens auch. Doch, du hast mich hier reingeworfen, wo ich nicht mehr rauskam. Du hast mich gegen den Baum gedrückt. Nee, das war Kunden. Natürlich. Du hast mich nach rechts gedrückt. Du hast mich in eine Kugel geworfen, wo ich nicht mehr rauskam. Ich hab mich nirgends reingeworfen. Rausgeschubst, ey. Guess, guess, guess. Ist das nur noch geradeaus hier? Nee, noch eine längst Kurve gleich. Am Ende ist eine Kurve noch. Am Ende hab ich keinen Speed mehr gekriegt. Jaja, hat ja auch. Am Ende hat's irgendwie Durchgriffens dreht, die Reifen. Ui! 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 Das passende Kostüm für das Auto tatsächlich ausgewählt. Das ist ganz gut. Noch eine Kurve danach. Links jetzt und dann besser durch. Hast du deine Klamotten von zu Hause angezogen? Nee, ich bin Wrestler. War ja doch länger als gedacht. Schöne Strecke. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. 5 Minuten Part. Jetzt nochmal die Strecke rüber. Wir müssen noch auf 10 Minuten strecken. Aber jetzt müssen wir noch reden für 5 Minuten. Analyse. Alter, was bist du für ein Nachmacher? Warum hast du das früher gemacht? Ja, das ist mein Facepaint, was ich schon immer... Aber meine Augen sieht man leider nicht. Ja, hier... Hier ist so ne richtige Maske. Am Strand. Nee, wirklich ne Maske. Kannst du nicht mein Facepaint nehmen, ey? FacePaint. Du Ninja. Ligo noch weiter drücken. Oh. Ligo! Weißt du eigentlich wann Kapuze nicht mal wieder aus seinem 5 Wochen Urlaub kommt? Nee, kein Plan. Der ist in Österreich eingeschneit. Der ist gefangen. Ey, wie der hat es inzwischen geschafft sein Skype wieder zu finden? Wer? Ja, aber auch nur weil ich ihm das gesagt hab. Kapuze muss mir übrigens immer noch die Videos vom Konzert schicken. Ha. Ach, das romantische. Ich will das nur mal öffentlich machen, um hier Druck auszuüben. Mensch, jetzt könnte Kapuze das Auto aussuchen. Oh. Was ist das für ne Strecke, das wir als Centorno brauchen unbedingt? Ja, Centorno ist super. Ich kann fliegen. Alex, dein Auto sieht richtig lame aus, dein Outfit da. Was ist das für ein Billigkram? Was? Das hab ich bei Kik gekauft, ey. Das ist so... Und ist König. Ja. So ein Set, das kann man da kaufen. Es gibt echt zwei Leute, die dieses hässliche Gelb fahren. Das ist Renngelb, lach was. Renngelb. Ich find das echt nicht schön, ein Gelb. Das sieht halt aus wie... Warte mal, ein Lambo ist auch gelb, oder? Oh Gott. Ja, die beste Streckenlage, Leute. Ist ein Lambo gelb? Ja. Ein Lambo ist kein... Das ist nicht an der Farbe festgemacht. Doch, Ferrari. Er rechtstellt. Wenn du früher gespielt hast, hat man den Lambo immer gelb gemacht. Boah, Alter. Oh Gott. Alter, wer ist blau? Fecht. Sorry, Dalu, ich wurde von der Seite gekickt. Nein! Oh, schicke. Ja, Flocke. Wenn du vor mir fahren willst, musst du aber schon den richtigen Weg nehmen, ne? Halt dich! Du bist doch jederjenige, weswegen ich gar nicht mehr fahren konnte. Maru, hier hinten wird's eklig. Ja, ich seh's. Ah, ich hab gedreht. Ah, schade. Alter. Ich dachte, der liegt besser in der Kurve. Was ist denn jetzt los? Manchmal, wenn du dich einfach rumpfürgen, ey. Der liegt vor der Kurve und ich nicht immer an nichts. Kunter, bist du selber rausgeflogen? Ja, ja, ich bin selbst rausgeflogen. Ah, ich hab irgendeinen NPC gegen dich geschubst. Das sah so aus, als wenn er nicht die Hunde runtergefüßt hat. Ne, ich hatte zu viel Speed und das Ding fährt die Kurve irgendwie nicht. Jetzt weiß ich ja, welche Strecke das ist. Die hatten wir schon. Die ist nicht so lange. Ja, die ist immer im Kreis, oder? Hatten wir da auch Zentornos nicht? Nein, eigentlich nicht, oder? Das ist die Möp, wo Alex das falsche Auto hatte. Ja, stimmt. Ne. Die gibt es so lange geradeaus. Kapuze war das. 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 Kapuze hatte auch jeder Möp mal das falsche Auto. Was ist das denn für mal so? Er ist Auto ja auch mal aussuchen. Weil wenn ihr da alle zusammen fahrt, wird keiner von euch langsamer. Kunde rankommen. Wo bist denn du? Bin relativ weit hinten. Ja warum? Ich sag mal. Oh Gott, so weit hinten bin ich. So weit hinten. Hallo! Der EKW war ein bisschen weh. Oh scheiße. Nicht hetzig bremmen. Ja das Ding hält. Ist denn der EKW schnapp je? Wenn man sich rammt wird. Wenn nicht rammt, ist das Ding in der Lage. Der EKW blockt mich. Oho ohooo. Oho ohoho. Oho, ohoho. Oho ohoho. Brief. Oh Gott! Ja! Nein! Wer redet da Russisch? Ja, ich so! Ja! Ja, du Schlocke! 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 Der muss dann noch raus! Ich schieb dich an, Maru, ne? Ja, ja! Das war echt nicht extra am Anfang. Ich wurde von der Seite von links gegen dich nach rechts gekickt. Von Schlocke! Oh, der war knapp, der Checkpoint! Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, ein Glück zählt er auf die ganze Straße anscheinend. Die Teufelsfrucht! Okay, jetzt kann ich mal vorbei. Jetzt kann ich nicht mehr vorbeifahren! Jetzt ist dann wieder langsam! Ich fand die Leute so schön mitgegriffen! Oh Gott! Aber die NPCs fahren ja auch wie die Senken, ne? Ich hab'n die weggekickt! Also Spur halten ist hier nicht, ey! Ne, die NPCs sind alle besoffen, ey! Hier ist ein bisschen Gas, die NPCs! Wow! Wow! What did the NPCs zieh drüber? What did the NPCs? Den Dallum mich reingedrückt hat! Ich war das nicht! Ja! Cool! Der NPC hat dich erwischt! Der NPC hat Eisgeld drüber gezogen! Kondra! Ja, als ob! Ja, man bleibt verhängen, komisch, ne? Man hat immer schießt, weil das Auto dann doch schneller ist, als man denkt! Kondra! Kondra! Ja! Oh! Das ist ein Loch! Bist du da unten? Nicht wirklich! Was hast du gesagt? Nein! Maru! Nein, Kondra! Du bist da ausweichen! Sorry, Alex! Es ist überall Bande, nur so ein winziges Löchlein! Ja, und da drückt sich der NPC rein, ey! Wie viele Runden haben wir überhaupt? Warum sieht man eigentlich rechts noch nicht viele Runden? Das letzte Runde! Boah! Boah! Du bist da richtig drüber! Jetzt ist die letzte Runde! Neee! Jetzt fährt mein Auto immerhin wieder richtig! Ich bin eingedrückt rein! Das macht einfach so viel aus, wenn das Auto kaputt ist! Das stimmt! Gott! Was hast du mit dem Auto gemacht, dass es kaputt ist? Gegen Sachen gegen gefahren! Ich glaube, hier kannst du die Reifen ziemlich schneller nehmen! Da doch wo! Doch, ich glaube nicht mehr! Neee! 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 Das könntest du wirklich mit 10 Runden machen! Es gibt noch keinen... Ich frage mich, man muss noch keinen Formel 1 mäßigen Verschnitt geben! Gibt's doch! Dass du halt so echt so Fun-Rennen hast! Wenn das Auto ganzes kommt man sogar um die Kurven! Ja! Und du musst... Dreimal irgendwo an so einem bestimmten Ort stehen bleiben! Boxen stoppen jetzt! Ja! Oder überhaupt! Warum gibt's hier keine Formel-Wagen in dem Spiel? Lizenz vielleicht! Hä? Gibt's nicht diese komischen Formel-3-Wagen hier drin? Oder gibt's ein Patent auf Formel-Wagen? Kann ja! Das kann sein! Kann wirklich sein! Ich nenne sie anders und lässt sie ähnlich aussehen! Ja eben! Also du musst ja nur ein Auto machen, das ein offenes Cockpit hat und auch einen Reifen hat! Das Raketen-Auto, das schlimmste hinten und rein sitzt! Bei der Amerika dürfst du... Das war eine kleine Doppelstrecke! Die Achterfolgen sind wie gesagt immer ein bisschen kürzer! Die Rennen sind ein bisschen kürzer! Es kommen bestimmt noch welche, wo wir drei Reihen machen, Leute! Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen! Ich hoffe, ihr habt einen Spaß! Gerne liked das! Meine Herren von Weitern bis zum nächsten Mal! Macht's gut, ciao! Tschüss! Tschüss! Tschüss!